Herzlich willkommen hier in Timmelkamm, mitten im Ort in einer wunderschönen Parklandschaft. Mein Name ist Andreas Reindl von Remax Vöcklerbruck, aber für mich hat sich die Arbeit bald erledigt. Ich werde mich in den Liegestuhl zurückziehen und für meinen Kameradin beginnt nun die Arbeit. Viel Spaß beim Anschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017